Musik Er ist der berüchtigste Räuber der Welt. Der Räuber hat zum Platz. Genau der. Hilf mir! Herr Dimpfengosa, ich bin beraubt worden. Von den Produzenten von Die kleine Hexe. Vereine dich, spring ein! Jetzt schnappen wir uns den Hotzenplotz. Na wartet. Nach dem Weltbestseller von Ottfried Preußler. Und was, wenn er uns nicht findet? Der findet uns schon. What's up? Keine Faxen. Das mag ich nämlich nicht. Gut, Angewalt! Was willst du? Ich hab was für dich. Willst du einen Dienstboten? Kannst du Kartoffeln schälen? Der Kasperl und der Seppel sind verschwunden. Lassen wir uns gehen, Herr Potzenlotz. Wie hast du mich gereimt? Lotzenpotz? Damerwetter! Hotzenplotz. Äh, Herr Potzenhotz? Um einen Räuber zu fassen. Na warte, ihr Rötzleffel. Braucht es Magie? Was hat er in der Hand? Feenkraut. Mut. Eintritt allerstrengstens verboten. Vielleicht komm ich doch bis am Morgen wieder. Und Freundschaft. Bin ich froh, dich zu sehen. Und ich erst. Hotzenplotz. Das Spiel ist aus. Wuhuuu! Wuhuuu! Der Räuber Hotzenplotz. Im Kino. Er ist respektlos. Er ist undurchschaubar. Er ist berüchtigt. Der Räuber Hotzenplatz. Genau der. Nach dem Weltbestseller von Ottfried Preußler. Etwas Schreckliches ist geschehen. Wie? Was ist passiert? Spring ein! Wo versteckt sich der Hotzenplotz? Der Räuber Hotzenplatz. Im Kino. начала. Im Kino. Mal. duel. Fun. 這邊. Bis zum nächsten Mal.